Heute zeige ich Ihnen auf, welche Auswirkungen die Verschiebung der Fälligkeit der Einfuhrumsatzsteuer bei Import-Zollanmeldungen hat und welche Vorteile Einführer damit erhalten können. Die IP Zoll-Spedition ist Ihre Full-Service-Agentur rund um den Zoll. Und jetzt ZollTV mit Holger Schumacher. Mit dem zweiten Corona-Steuerhilfegesetz wurden Änderungen im Umsatzsteuerrecht vorgenommen, die Auswirkungen auf den Fälligkeitszeitpunkt der Einfuhrumsatzsteuer bei der Import-Zollanmeldung zum freien Verkehr haben. Das Bundesministerium der Finanzen gab im Oktober 2020 bekannt, dass die Neuregelung zur Verlegung der Fälligkeit der Einfuhrumsatzsteuer für ab dem 1. Dezember 2020 beginnenden Aufschubzeitraum umgesetzt wurde. Dies bedeutete konkret, dass der Fälligkeitstermin für Einfuhrumsatzsteuer für Einfuhren des betroffenen Aufschubzeitraums einheitlich vom 16. des Folgemonats auf den 26. des 2. auf die Einfuhr folgenden Monats verschoben wurde. Damit erhielten und erhalten Inhaber eines bewilligten Zahlungsaufschubs für Einfuhrumsatzsteuer eine deutliche Verlängerung der Zahlungsfrist von bis zu 12 Wochen. Die Fälligkeitstermine für anschließende Aufschubzeiträume verschieben sich entsprechend. Mit der Zollanmeldung verbundene Zollabgaben sind von dieser Verlängerung nicht betroffen und werden weiterhin zum 16. des auf den Aufschubzeitraum folgenden Monats fällig. Somit bestehen für Zölle und Einfuhrumsatzsteuer unterschiedliche Fälligkeitszeitpunkte, die im Einfuhrabgabenbescheid auch unterschiedlich übermittelt werden. Dies gilt für Einzelzollverfahren als auch für vereinfachte Zollverfahren mit Zahlungsaufschub, wobei im vereinfachten Verfahren das Fälligkeitsdatum EUST technisch bedingt im Befund mitgeteilt wird. Die Logistikbranche hat in dem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass sich Zahlungsabläufe für durch dritte Unternehmen bereitgestellte Aufschubkonten dabei nicht verändern. Importeure, die diesen Zahlungsvorteil noch nicht nutzen, aber unbedingt in Anspruch nehmen möchten, sollten ein entsprechend sicherungsloses Aufschubkonto bei den Zollbehörden beantragen. Die Beantragung erfolgt formgebunden bei einem für Ihrem Firmensitz zuständigen Bewilligungshauptzollamt. Bundesweit bestehen sieben Bewilligungshauptzollämter. Eine Liste der Zuständigkeiten ist auf der Homepage des Zolls veröffentlicht. Mit der Verlängerung des Aufschubteiltraums von sechs Wochen auf drei Monate müssen Inhaber eines besicherten laufenden Zahlungsaufschubs möglicherweise die Sicherheitsleistung anpassen. Eine Sicherheitsleistung für ein für Umsatzsteuer ist regelmäßig erforderlich, wenn der Inhaber des Aufschubkontos selbst nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt ist oder die EUST für nicht zum Vorsteuerabzug Berechtigte aufschiebt. Inhaber dieser Konten müssen selbst überwachen, dass der zu zahlende Betrag an Abgaben, der durch eine Sicherheitsleistung abgesichert ist, den Referenzbetrag nicht überschreitet. Der Referenzbetrag errechnet sich aus den Abgaben für die regelmäßigen Einfuhren innerhalb des Aufschubzeitraums. Demnach ist zu prüfen, ob der Referenzbetrag der Bewilligung Gesamtsicherheit sowie die entsprechende Sicherheitsleistung anzupassen ist. Die geplante Umstellung zum 1. Dezember 2020 funktionierte leider nicht in allen Fällen korrekt. So führte ein zollseitiger Softwarefehler dazu, dass in einigen Zollbescheiden die Zahlungsfrist unverändert zum 16. des Folgemonats angegeben wurde. Erst eine kurzfristige Wartung konnte das Problem lösen. Die erteilten Zollbescheide waren im Hinblick der Zahlungsfrist zwar rechtswidrig, jedoch inhaltlich gültig. Die Bundeskasse Trier hat die Beträge entgegen der Angaben im Bescheid korrekt im Rahmen der Verschiebung der Fälligkeit zum 26. des zweiten Monats abgerufen. Somit erhielten und erhalten alle Inhaber eines laufenden Zahlungsausschubs für Einfuhrumsatzsteuer In diesem Video haben Sie erfahren, die Zahlungsfrist für Einfuhrumsatzsteuer wurde deutlich verschoben und beträgt derzeit bis zu zwölf Wochen. Zollabgaben sind von der Verlängerung Zahlungsfrist ausgenommen und werden weiterhin zum 16. des Folgemonats abgerufen. Es bestehen zwei Fälligkeitstermine, getrennt nach Zoll- und Einfuhrumsatzsteuer. Der Vorteil der verlängerten Zahlungsfrist wird am besten nutzbar durch ein eigenes Aufschubkonto für Einfuhrumsatzsteuer. Zoll TV. Besuchen Sie uns auf YouTube, Instagram, Twitter und Facebook. Sie erreichen uns per E-Mail, Telegram oder WhatsApp. Alle Kontaktinformationen finden Sie unter zoll.tv slash kontakt. Zoll TV.